Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe und mit dabei ist der gute Marc. Sag mal immer Hallo. Moin Moin. Und noch dabei ist Dominik. Moin Dominik. Moin Moin. Wir zocken jetzt hier auf ganz diskret eine Runde Pokémon Unite. Wir werden das Ranking starten. Für mich heute das erste Mal Ranking, aber wir haben festgestellt, wenn man kein Ranking macht, beziehungsweise die Jungs auch, oder kamen auch auf die Idee, wenn man Ranking spielt, sind da, weil wir ja zu dritt sind und normalerweise zu fünft wäre geil, da ist das Team voll. Aber so hat man da keine Dullis im Team. So will jeder arbeiten, weil das halt Ranking ist. Deswegen starten wir jetzt einfach mal ganz dezent eine Runde und mal gucken, was passiert. Und ihr könnt gerne mal Feedback in den Kommentaren lassen, wie ihr das Game so findet. Leider, das merken wir halt auch, Pay2Win ist ja so am Start, so dezent. Aber irgendwie kriegt man es dann doch hin. Viel Spaß. Okay, Leute, wir sind jetzt hier mal ganz dezent ins Ranking reingegangen hier. Da sprinten wir mal direkt nach oben und nehmen wir hier auf ganz diskret einen Loop mit mir. Zack. Zack, zack, zack dir. Ja, schön. Ein Blitzball in den Hintern hier. Ja. Na ja. So. Ich bin mal hier auf Sniper im Busch. Ah, genau. Schön. Oh, da kommt schon einer, warte. Ja. Ah, der Mark hier, bei mir. Oh, scheiße, ja. Der ist zu stark, der ist zu stark, der ist zu stark von uns. Jetzt kommt, geh rauf, geh rauf. Der ist zu stark. Nein, wir sind doch zu zweit, man. Da sind noch mehr, man. So, komm. Ah, jetzt ist gut. Komm, einfach. Ja, Mann. Ja, Mark. Niemals zweifeln. Komm, schnapp sie dir. Ja, mein Netz. Ja. Ja, Mann. Danke, danke, danke. Boom. Schön. Sauber, sauber. Alle zurückziehen, zurückziehen. Ja, Bean. Bean. Nee, warte, hier kommt einer. Ah, seine Karte. Ja, okay, okay. Ah, okay, komm. Ja, ich hab den bisschen gegloggen. Ja, ja, ich hab's auch so. Das ist gut. Gute Kombo. Da kommt er wieder. Ja, lass ihn kommen, lass ihn locken. Doch, wenn ihr ihn habt, oder so. Ja, und jetzt. Kann ich immer ein Netz oder so. Ja, war erst gleich da und erst gleich da und erst klauen. Schön. Sauber. Was ist das Erdnir für ein Toastbrot, Alter? Dann kommen wir uns auf Toastbrot. Toastbrot. Bernd, das Brot hat ich jetzt genagelt. Oh, der ist aber. Ja, ja, komm. Ja, was denkt der denn jetzt? Was denkt der denn jetzt? Ja, sehr gut. Zurück, zurück, zurück. Ja, schön. Und du, Karin kommt. Ja, lass ihn mal locken und dann bleibt mein Busch. Ich war da hin und da kann ich mich genau. Und ich lock ihn so oft doof. Und dann kommt ihr raus. Und da kommt Kauwadl. Kommt beide. Ja. Oh. Und den haben wir noch. Den haben wir das. Ja, Mann. Pikachu. Na, Opa. Oh, komm, komm, komm. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wer kann am meisten danken? Wer kann am meisten danken? Oh, voll, ne. Wollte ich hie mich hier? Ach, scheiße. Ich wollte eine Beere. Egal. Ach, scheiße. So. Oben schnell looten. Ich geh wieder in den Jungle, Leute. Klar, genau. Ich level dir vor. Schön, das tut grad so gut. Das ist so herrlich. Komm. Oh, hier ist einer. Na, warte. Komm jetzt nicht weg. Er legt sich auf oder sowas. Irgendwas macht er. Kommst du, Dominik, bist du noch hier? Ja, ich komme. Komm mal jetzt zu mir, zu dem... Von unten. Ich komme von unten. Der verfolgt dich, der eine. Ja, ich weiß. Ja, genau. Tschüss, Leike. Ey, die Kappe kommt auch noch. Ja, euer Hilfe. Aber... Außerwech, sauber. Ne, aber ich bin totgleich. Ich bin totgleich. Scheiße, 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 scheiße. Weil ich bin auch tot. Scheiße, ich habe ein Fick angekriegt. Ja, ich komme. Oh, scheiße. Komm, Bully. Ah, fuck. Jetzt kriegst du, aber... Ja, aber... Wir kommen, pass auf, er ist hier oben. Er kommt, ja, ja. Ich verstecke mich, ich verstecke mich. Lock die Mann. Er will sich den Boss holen. Ja, ich glaube, der hat keine Ahnung. Er macht... Komm, lass mal hoch. Komm, hol ihn, warte. Okay. Und jetzt. Oh, komm. Ja, sauber. Okay, okay, okay. Sehr gut. Die Scheiße, die Krüte kommt. Die Krüte? Ja, der Boss, ich habe den Boss. Ich habe die Kappe noch schnell. Wo ist das Ding? Da, unten. Seh nix. Ja, Mann. Komm, jetzt. Ja, komm, ja. Was ist los jetzt, wir waren? Das fand ich, Digga, wir können nicht danken, Leute. Schön. Sauber. Ja, scheiß. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. und kommt jetzt haben wir ja ja mann ja ich glaube ich bin auch weg ich musste ich mal kurz ja ich hab keine schönes ding halt ich auch mal ja ich hab so ein so ein kleiner support ja die krabbe kommen wir ja auch jemand eine beere da ist noch eine beere ja ich kann erst mal euch gebrauchen jetzt hier geguckt ja wo bist du ja hier bei euch geil was ist jetzt hier ist kein problem noch da kommen wir den krebs und jetzt danken wir kommen und hier ist der fang fuß der stärken aber wir waren alle low das war das auch ein fehler ja das war aber auch hat mich auf nee wir sind so los zum korb gegangen auf gierig ein bisschen so da noch der uns heute ritter aber ich war schon angeschlagen dass der uns zu dritter wir sind da wir sind da ja oben lassen wir den um den boss ja genau ich kann auch meine ulti einsetzen also mit schneller geht aber nee nee aber unten ist auch kack aber ist egal wir bleiben erstmal hier ja kommen wir danken jetzt erst mal sind noch die bienen genau da hier ist die krabbe wo scheiße ich gehe kurz unten lang und wir kriegen wir kriegen den jüdischen was ist jetzt ist es hat man der vogel ist richtig eklig ich bin voll ich gehe mal unten danken und genau ich werde dir sonst hier unten aufpassen ja ich gehe mal unten danken dann komme ich das glaube ich freue ihr könnt ihr habt ihr oben auch dann das api katschus da wir sind gut bälle versuche hier aufzupassen wo einer ulti und was hat er denn noch der hat mich so rasiert alter das hat das ist da das ist der plan nee wir warten wir warten ich glaube die holen den und dann können wir den klauen er ist ja dessen gebiet das bringt gar nichts hin zu gehen jetzt ja ich komme ich habe ihn ich habe ihn scheiße die haben den fahrer und ich gehe mal oben dass die gar nicht hinlaufen das ist bitte neun sekunden noch scheiße also ich habe so viel habe ich gar nicht gedankt also ich habe recht ich muss danken ich muss auch noch 31 jetzt gehen die oben hin also wenn ich könnten 70 70 danken das passt dann das ist gut das sind punkte hier unten noch mal ein bisschen gut ist direkt aber ist ein punkte macht das immer zum falschen ich drehe durch also muss das später um das war die danken wir haben gedankt alles sauber bitte lass uns die runde mal gewinnen hier bei unten sind 13 sekunden reife 17 sekunden unten sind alle unten sind alle 9 8 7 6 4 3 2 1 ja das bin ich mal gespannt bitte 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 ja das war eine geile runde das war das video ich hoffe es hat euch gefallen feedback feedback in den kommentaren lassen ja wie gefällt euch das game so wir spielen das immer so zwischendurch privat auf dem sofa auf der switch habe ich aber auch zwei wochen oder so nicht mehr gemacht heute wieder das erste mal hat richtig laune gemacht danke dominik und mark ja gerne gerne auch sehen uns ja bis zum nächsten video